du hast es schon immer gemerkt du bist kein teil dieser gesellschaft du gehörst nicht dazu egal wie sehr du es versuchst egal wie sehr du versuchst dich anzupassen egal wo du bist jetzt auf der arbeit mit freunden kann überall sein in der familie du gehörst irgendwie nie richtig dazu irgendwie klappt es irgendwie nicht so dass du irgendwie so den anschluss findest und so richtig so wie soll ich sagen diese verbindung so knifft zu den menschen irgendwie schafft und schafft man es nie so richtig dazu zu gehören egal was du machst du bist irgendwie immer so kein teil dieser gesellschaft und du hast auch schon in jungen jahren gemerkt warte mal ich will auch gar nicht ein teil davon sein irgendwie die gesellschaft hier ist krank die leute in dieser gesellschaft machen mich krank teil von denen zu sein ist voll ungesund und deswegen konntest und wolltest du dich auch nie wirklich auch anpassen so dass hier ist für alle außenseite ja für alle die nicht dazu gehören für alle schwarzen schafe und wasser sich alles black sheeps und sowas und lone wolves wir wissen warum wir nicht dazu gehören die leute fühlen sich in unserer umgebung unwohl lassen uns lieber alleine weil sie wissen so wir sind real diesen fake die kommen mit unserer präsenz nicht klar so und wenn wir ehrlich sind die meiste zeit wollen wir auch alleine sein wir wollen alleine sein aber manchmal man denkt sich so hey warum gehöre ich nicht dazu warum bin ich kein teil so von denen und dann erinnert man sich warte mal ich bin eh kein teil dieser gesellschaft weil wenn ich ein teil von denen wäre wäre ich ja auch ein teil dieser dieser gesellschaft und du weißt was du weißt du hast das gesehen was du gesehen hast du hast deine erfahrungen gemacht und deswegen bist du so wie du bist die anderen die sind halt scharfe sind halt naiv lassen sich von medien und vom fernsehen vom radio und was sie sich von zeitungen blenden und sowas beispielsweise ich meine nur ein beispiel und lassen sich davon blenden denken nicht selbst und dementsprechend kannst du dich auch mit ihnen nicht connecten weil die einfach nicht auf deinem bewusstseinslevel sind so die lassen sich halt auf irgendwelche propagandas ein glauben ja jeden scheiß und deswegen wir gehören nicht dazu wir gehören nicht dazu weil wir einfach alles sehen für was es ist wir lassen uns nicht verarschen von irgendwelchen agendas von irgendwelchen propagandas von irgendwelchen politikern oder irgendwelchen umständen oder sonst irgendwie lasst uns nicht verarschen wir durchschauen die dinge und deswegen gehören wir nicht dazu die leute sagen verschwörungstheoretiker du bist dies und du bist verrückt und bist schizophren und ist paranoid und bist das und du hast zu viel filme gesehen obwohl wir den plan haben wir haben den plan und die leben in der lüge und wollen nicht in der wahrheit die hand aufs herz die meisten menschen wollen nicht in der wahrheit geben die meisten menschen leben nicht in der wahrheit und wollen auch gar nicht in der wahrheit leben das ist zu viel für die das ist zu krass für die was in der wahrheit leben ah nein das kann ich nicht ich will lieber in der lüge hier leben und deswegen gehören wir nicht dazu wir nehmen das leben ernst wir gehen hin machen dinge und sowas haben skills und ja die leute kommen damit nicht klar mit dieser realness und sobald du da irgendwo hinkommst die störe stoßen nicht so aus grenzen nicht aus du bist kein teil so von denen bist nicht cool genug alles bullshit alles bullshit wir haben noch nie dazu gehört und du willst auch gar nicht dazu gehören zu dieser toxischen kaputten gesellschaft wenn du ehrlich bist so manchmal kann es aber so sein man denkt so warum gehöre ich nicht dazu warum habe ich keine freunde warum dies warum das unterstützt mich meine familie nicht bist du dann so text warte mal ist alles schaffe ich gehöre gar nicht dazu die gehören gar nicht zu mir wir haben gar keinen vibe so wir passen gar nicht zusammen so richtig wir wissen was ich meine und dann checkst du das wieder warte mal ist besser so ist besser so manchmal der verstand kann dir so einen streich spielen wo du denkst aber warum warum dies warum das warum jenes deshalb weil wir die dinge so sehen wie sie sind wir durchschauen alles wir sind bewusst leute sind unbewusst wir durchschauen alles die leute lassen sich verarschen wir kritisieren und hinterfragen und sonst was und die leute fressen alles ja die leute fressen alles einfach so glauben alles einfach so hinterfragen nichts wir hinterfragen wir den dinge so ans licht oder wie das heißt grund wir wollen die wahrheit herausfinden sowas wie hinterfragen die dinge wir ja wir decken die dinge auf und sowas und die meisten machen sich nicht die arbeit die meisten glauben jeden scheiß meisten glauben jeden scheiß in den nachrichten kommt das alles klar glauben das da in der zeitung hat das und das gestanden alles klar die hinterfragen nix du bist du fragst das kritiker denke und sowas denkst drüber nach kritisiert das ganze hinterfrag das ganze und sowas gehst den dingen an grund und sowas kommst immer zu deiner antwort und die leute stempel nicht ab als verrückt als verschwörungstheoretiker als dies als das ja deswegen passt du ja nicht dazu weil du bist ja immer der verrückte nein wir wissen einfach was hier abgeht lassen uns nicht verarschen von irgendwelchen dingen und sonst was die uns gesagt werden wir hinterfragen die dinge wir gehen den dingen an den grund und sowas und versuchen immer die wahrheit herauszufinden sowas und die meisten menschen die ist das zu krass in der wahrheit zu leben das könnten die sich nicht mal vorstellen die fühlen sich komfortabel in der lüge und unkomfortabel wenn du in ihre präsenz kommst deswegen stoßen sie sich ab oder grenzen dich aus deswegen bist du kein teil von ihnen deswegen gehörst du nicht dazu und all das deswegen hast du ja keine freunde die familie wir nichts mit dir zu tun was auch immer aber die leute fühlen sich in deiner präsenz nicht wohl fühlen sich nicht wohl die nehmen sich selbst nicht ernst und was weiß ich und dann kommst du du nimmst dich ernst und deshalb gehörst du nicht dazu du bist es ist ja immer viel zu ernst und sonst irgendwas ganz ehrlich es ist nicht schlimm nicht dazu zu gehören es ist nicht schlimm kein teil dieser gesellschaft zu sein ist sogar ganz gut du denkst du dich selbst du bist kein sklave wie die anderen du hast skills du hast dinge drauf du benutzt deinen verstand benutzt auch deine augen und manche die haben die lüge die kriegen die lüge vor die augen gehalten und die sehen es nicht du benutzt deine augen richtig du siehst die dinge das meine ich damit du benutzt alles richtig du hörst richtig zu liest zwischen den zeilen siehst alles richtig nimmst alles wahr gehst den ding an den grund die meisten leute halt nicht deswegen gehörst du nicht dazu du bist immer der außenseiter oder die außenseiterin du bist immer der verrückte du bist immer der ausgestoßen du bist immer der der hinten ist und sowas und alles so beobachtet und sonstwas wie alle nur so den abgrund runtergehen und du bist hinten beobachtest alles und denkst du schüttelst nur den kopf guckst von hin und denkst du ja was machen hier die leute was machen was mit dieser gesellschaft los deswegen sei sei ein außenseiter wegen dem schlauen weg wir wollen ja nicht dazu gehören guck dir die meisten menschen an deswegen gehören wir nicht dazu die meisten gehen den abgrund runter wir sind für was anderes bestimmt wir haben eine ganz andere bestimmung deswegen nun mal so ein quick reminder ist nicht schlimm keine freunde zu haben ist nicht schlimm alleine zu sein ist nicht schlimm nicht dazu zu gehören ist nicht schlimm kein teil dieser gesellschaft zu sein ist nicht schlimm wenn du dein eigenes ding machst